Hallo meine Lieben, ich komme gerade von unserem wöchentlichen Webinar und habe eine super Idee mitgebracht. Aber zunächst für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Friedbert Becker, ich bin Ausbilder beim Phoenix-Institut und ich werde euch jetzt gleich meine super Idee vorstellen. Wir haben uns mal Gedanken gemacht darüber, wo sind denn die vielen, vielen Menschen, die in Hypnose ausgebildet wurden in den letzten Jahren, das sind mehrere tausend, was machen die heute eigentlich? Weil wenn man so sich umschaut, es scheint da wirklich nur ein kleiner, kleiner Bruchteil davon zu sein, die wirklich praktizieren. Und ja, es ist doch eigentlich schade, wenn man über so eine tolle, hervorragende Möglichkeit oder über solche Fähigkeiten verfügt wie die Hypnose, dass man das nicht anwendet. Und von einigen weiß ich, dass es einfach daran liegt, dass sie zum Beispiel sich noch nicht gut genug fühlen, dass sie Angst haben in der Öffentlichkeit aufzutreten, dass sie Angst vor Blamagen haben und so weiter. Ja, und gerade das sind doch Gründe, die man mit Hypnose wunderbar korrigieren kann oder harmonisieren kann. Dann gibt es andere, die Schwierigkeiten mit ihrer Werbung haben. Es gibt viele Menschen, die glauben, dann machst du mal einen Kurs und dann machst du eine Internetseite und dann ging ins Telefon. Aber so läuft das nicht. Das heißt, auch bei der Werbung gibt es viele, viele Sachen, die man bedenken muss. Und was mich nun interessiert, wenn du noch nicht praktizierst und eine Hypnoseausbildung absolviert hast, was genau hinter dich daran, erfolgreich die Sache in die Praxis umzusetzen? Und vielleicht schreibst du hier unten in den Kommentaren mal mit wenigen Worten einfach nur die Gründe. Oder du kannst auch über unser Kontaktformular mich anschreiben, über die Gründe, warum du noch nicht aktiv geworden bist oder was dich noch hindert. Und wenn du dann deine Gründe geschrieben hast, du brauchst keine Angst zu haben, es geht dann nicht um Namen oder so. Dein Name bleibt immer anonym. Oder du brauchst deinen Namen gar nicht zu nennen. Du kannst also mir über das Kontaktformular unserer Seite schreiben. Und ich werde da in Kürze ein kleines Webinar draus machen oder auch mehrere, je nachdem, was da im Material zusammenkommt. Und wenn du daran teilnehmen willst, dann melde dich einfach bei mir, schreib mir eine E-Mail. Und ich garantiere dir, dieses Webinar wird nichts kosten und ich garantiere dir, dass wir deine E-Mail-Adresse nur dafür verwenden, dir den Termin zu schicken, wann das Webinar stattfindet. Wir wollen da also keine Werbung oder nichts machen. Wer Werbung haben will, der kann sich auf unseren Kontaktformular, äh, auf unseren Verteiler anmelden. Und, äh, das soll jetzt einfach nur ein Geschenk sein an die Internetgemeinde oder an die vielen Menschen, die vielleicht sogar schon viel Geld ausgegeben haben und, äh, enorm viel Wissen wahrscheinlich haben und können haben und es brach liegen lassen. Also, melde dich einfach, schreib mir und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei dem Webinar. Ja, ja, hätte ich beinahe vergessen. Ähm, wenn du die Idee gut findest, dann gib einen Daumen hoch und teile dieses Video überall, wo du glaubst, wo es Menschen gibt, die, ja, davon profitieren können. Jetzt, endgültig, wirklich, ciao.